Ist der Platz noch frei? Han Solo träumt er schon immer davon, eines Tages Teil dieser gesetzlosen Welt zu sein. Ich hätte einen Job. Du Wahnsinnsgangster. Ich stelle eine Crew zusammen. Seid ihr dabei? Das heißt ja. In der Geschichte geht es darum, ob Han es wirklich schafft oder nicht. Chewie und Hans Beziehung ähnelt der eines alten Ehepaars. Wir sind nur Freunde, alles klar? Du bist empfindlich. Kira ist unglaublich schlagfertig, stark und eine knallharte junge Frau. Hast du eigentlich je das Schiff bekommen, mit dem wir davonfliegen wollten? Du solltest sie vielleicht besser anschauen, Baby. Lando ist wirklich cool. Eine sehr gelassene Person. Einfach alles, was du bei mich gehört hast, ist wahr. Danke, Liebes. Lando und Han misstrauen sich gegenseitig. Die Hälfte eures Gewinns. Lächerlich. Jetzt drehen die Erwachsenen. Aber sie haben ein gemeinsames Ziel. Dieser Job erfordert Präzision. Jeder spielt genau seine Rolle. Mein Charakter bringt Han ein, zwei Sachen bei. Diese Leute hier sind nicht deine Freunde. Wuchlein anmaßlich, ach schon mal im Witz. Wenn du ein Krimineller sein willst. Dann wollen wir mal. 9,6 bis zur Brücke. Bin ich ein gutes Beispiel dafür, nach welchen Regeln du leben solltest. Und ein paar davon färben auf Han ab. Ich geb dir mal einen Tipp. Rechne damit, dass dich jeder betrügt. Und dann wirst du niemals enttäuscht sein. Oh, scheiße. Solo, a Star Wars Story. Untertitelung des ZDF.